Ein wunderschönen GUTEN MORGEN, GUTEN MORGEN, GUTEN MORGEN, GUTEN MORGEN SONNNENSEIN GUTEN MORGEN, GUTEN MORGEN, GUTEN MORGEN, GUTEN MORGEN SONNNENSEIN Diese Nacht blieb mir vorbei Mein Name ist Niklas Wilson Sommer und das ist ein neuer Vlog auf meinem YouTube-Kanal. Los! Jetzt kommt ein heftiger Cut. Devin, ich dreh mich und dann musst du die Leute einblenden. Valon ist auch am Start, sechs Stunden. Sechs Stunden. Sechs Stunden, ne? Ja, du musst dich drehen, weil ich hab so einen coolen... Achso. Ich brauche eine 42. Alina, wo hast du Sydney kennengelernt? Jetzt kommt mir eine Kamerafrau. Du bist der geilste Ort der Welt. Du bist unser Leben und alles was zählt. Oh, show me. Show me. Brick. Money. Bricks. Brick. Money. Wird doch wahr, Max. Wo ist Lewandowski hingewechselt? Ich hab's nicht mitgekommen, ich wusste nur, dass er, er wollte wechseln, aber er durfte nicht. Brick. 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 Wo ist Lewandowski hingewechselt? Nichts sagen, bitte. Ist das gerade ein Test? Ja, ist es. Weißt du es? Weißt du es? Ich weiß es. Brick. 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 MVP, jetzt ein Bild einblenden, wo Odell Beckham Jr. so einen Ball catcht. So, papp, mach mal Hand hoch, papp. Im ersten Moment fühlt sich das alles sehr hart an. Aber wenn du eine Nacht drüber schläfst, wie ein kleines Kind. Schau mal, schau mal, schau mal. Max, wirklich, hör mal, Kompliment. Kompliment, weißt du warum? Trotz deiner Größe bist du sportlich. Also, so, denkt man nicht. Stell dir mal auf. Das Ziel ist, dass Amar mir so hart wie möglich an mir vorbeiwirft. Ey, ich vertraue dir, geisteskrank. Amar, bitte. Hättest du mein Kopf nicht weggebracht? Mach was. Das ist NBA? Da springen NBA, Leute. Niemals. Oha. Wollt ihr mir erzählen, Leute rennen von hier aus dem Stand? Die springen doch von hier ab und dann. Nein, jetzt mal ernst. Nein, wirklich, die springen wirklich von hier. Oder von hier. Aber wir reden jetzt vom Boden. Wir reden von zum Beispiel King James. Ganz normales Boden. Was? Das ist surreal. Ich bin auch nochmal gut. Da kommst du nicht. Scheiße. Ich hab ein bisschen Angst. Damn. Ist ja schwer. Er hält den Regen fest, hat er gesagt. Ich glaube, man kann sich den Ellie selber nehmen. Nimm mal einen Wurf von hier. Ach stimmt, Ellie. Na, dann lief ich mir jetzt. Boah. Wie geil. Ellie. Was war denn das? Das ist gefährlich. Wo bist du denn? Draußen gerade. Wir wollen starten. Nee, super. Quatsch da da außen einfach. Sieht noch ganz kurz eine Verschnausspause gehabt, ne? Oh, ladies. Howdy ho. Angenommen, ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Du schreibst einer Frau und du weißt ganz genau, eine Frau ist an ihrem Handy. Sie wird deine Nachricht irgendwo schon gesehen haben. Und dann siehst du sie ein paar Tage wieder. Würdest du dir dann einfach so Hallo sagen? Ja, ich bin auch ein bisschen zufrieden. Ja, weißt du. Schönes Beispiel. Schön gesagt, ne? Auch mal sagen, schön gesagt. Ja, und auch unangenehm hier von links neben mir. Zweiter von links. Wie du auch mal sagen will ich, schön gesagt. Ja, hat er wirklich schön gesagt. Ey, ey. Mein Kumpel kann Backflip, Alter. Oh, tschiiiisssss. Oh, tschiiiisssss. Oh, tschiiiisssss. Oh, tschiiiisssss. Yo, yo, Eli, wo bist du eigentlich? Wie ist das denn? Wir sind beim Fan-Treffen-Fan-Treffen, alle sind da. Yo, Monte, wo bleibst du denn? Wir sind hier beim Fan-Treffen und warten auf dich. Ich verstehe den Trend nicht. Hab ich's noch nie gesehen, hab's nicht verstanden. Das macht dich bestimmt sauer. Mach mal. No, Monte, wo bleibst du? Wo bist du eigentlich? Wir sind hier gerade beim Fan-Treffen, Mann. Monte, wo bleibst du? Ey, Monte, wo bleibst du, Mann? Ey, wir sind jetzt hier gerade zwar nicht beim Fan-Treffen, aber wir warten trotzdem auf Monte. Wir warten schon seit drei Stunden, Mann. Monte, wo bleibst du? Monte! Hey! Hey! Black on black, black. Pull up in that soup. Kannst du einfach halt... rum! Welle machen, ne, Bilou? Ja, Welle machen, ne? Okay. Ja. Sallamu Alaikum! Wir sind jetzt, ich bin mit meiner Abi noch was essen gegangen. Ja, nee. Ich sag euch jetzt schon, was ich sag. Ich nehm... Machst du... Nein, Abibi, ich will... Meiji-Mek? Mit Tanne? Mit Tanne Meiji-Mek? Äh, Ölbeckle. Mit Tanne-Uich? Ich weiß nicht. So, wir sind essen! So, Lamm mit Joghurt? Nicht verkehrt? Mit Zwiebeln. Nicht verkehrt. Aber das Krasse, was man eigentlich empfehlen kann, ist das Brot. Das ist geistesgestört. Ja. Auch mal sagen, ne? Nebenbei noch ein bisschen Deeptalks. Ja. Sehr, sehr, sehr krass. Wir haben krasse Deeptalks. Unsere Meinungen, muss man schon sagen, sind wie so Beine. Jung und wild. Wir gehen Hand eher. Wir gehen Hand in Hand. In die Hölle gehen wir Hand in Hand. Und bei mir? Nee, nee. Teil Hand in Hand. Wir haben zehn Frauen. Ja. Also, ich bin mir sicher, wir kriegen dich da auch hin. Wir kriegen dich da auch hin. Kleiner Tochter. Ist auch so. Wir müssen ein ernstes Wort reden, ne? Du bist eigentlich die Mama meiner Kinder. Und was machst du, mein Engel? Nix richtig. Was hältst du denn davon, wenn wir Manni hier mal rüberschicken? Der kann einen Kopfstand. Der scheint doch nicht so überzeugt. Ja. Manni. Es war mir eine absolute Ehre und hat mich wieder unglaublich gefreut, Amar zu sehen. Küsschen auf sein Köpfchen. Ähm. Sidi, meine Engel, war auch da. Das war das Ganze. Der wird ganz kurz und knackig. Du, mach mir Kinder und quatsch nicht. Und in diesem Sinne würde ich sagen, Amarsito sehe ich bald wieder. Sidney sehe ich Sonntag wieder. Und mach es. Und es geht eins, eins, zwei, zwei. Zwei. Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. Mr. Nice Guy. So High School Musical American Pie. 일� çalışieren muss dann noch weiter entfernen.